Jahrelang waren sie die stärksten Widersacher der SVP. Jetzt ist es ein bisschen leise geworden um die Freiheitlichen. Das soll sich wieder ändern. Auf dem heutigen Parteitag in Brixen wurde das neue Parteimotor vorgestellt und zwar gerecht, vernünftig, unabhängig. Damit wollen sie auch bei den Gemeindewahlen punkten unter bewährter Führung. Der bisherige Obmann ist auch der neue. Leiter Reber wurde mit 88 Prozent wiedergewählt. Es gab gar keinen Gegenkandidaten. Die einstgrößte Oppositionspartei will endgültig alle Altlasten und Polizskandale hinter sich lassen. Natürlich haben wir 2014, 2015 Einbrüche gehabt und dann vor allem vor den Landtagswahlen 2018. Und genau deshalb sage ich, ist dieser heutige Tag für mich so ein Freudentag, wo man sagt, diesen Rucksack endlich einmal auszuziehen und ohne gezogener Handbremse weiterzuarbeiten. Mit einem neuen Motto will man auch neue Wähler ansprechen. Für uns ist der Arbeitende, der normale Durchschnittsbürger, das ist unsere Klientel. Wenn wir uns anschauen, es gibt für viele eine Klientel. Die Grünen und auch Köln kümmern sich um jene, die in unser Sozialsystem einwandern. Die Volkspartei um die ganz großen Wirtschaftslobbys. Wir sind für die Leute da, die arbeiten, die fleißig sind, die sich was aufbauen wollen, die sich eine Wohnung, ein Eigenheim leisten möchten. Und genau hier fehlt eine Stimme. Und das sind wir Freiheitliche, die hier anschauen. Und wir sind auch für jene da, die sagen, ich möchte durch meine Stadt, durch mein Dorf gehen, bei Tag und auch bei Nacht und mich sicher fühlen. Bei den Gemeindewahlen in zwei Wochen treten die Freiheitlichen allerdings nur in elf Gemeinden an. Wir hatten in der Vergangenheit sogar mal 54 Gemeinderäte, jetzt bei 21 und wir möchten natürlich die auch wieder halten. Und sie haben vollkommen recht, es war sehr schwer, Kandidaten zu finden in den Dörfern draußen. Und ich habe gemerkt, dass sich alle Parteien recht schwer getan haben. Und ich glaube, dass wir als Politik insgesamt hier aufpassen müssen und Veränderungen auch in den Gemeinden draußen einleiten müssen, damit wir Menschen wieder begeistern, an der Demokratie teilzuhaben. Unterstützt wird der Obmann übrigens künftig von Frauenpower. Zu seinen Stellvertreterinnen wurden die Landtagsabgeordnete Uli Mayer und die Percinzer Bürgermeisterkandidatin Sabine Zoderer gewählt.